Wir sind faktisch in einer Kriegssituation und eins ist klar, Deutschland und Europa hat diesen Krieg bereits verloren. Wir sind die großen Leidtragenden dieser Entwicklung und das scheint vielen Leuten nicht wirklich klar zu sein, dass wir derzeit in einem Prozess der Deindustrialisierung aufgrund explodierter Energiepreise stecken. Das bedeutet, dass Millionen von Jobs verloren gehen werden, dass unser Sozialsystem nicht mehr funktioniert, aber die Leute sind so ein bisschen noch benebelt aus den Wohlstandsjahrzehnten davor und erkennen nicht, dass wir jetzt durchaus harte Entscheidungen treffen müssten. Etwa wie einst Churchill es gemacht hatte, der gesagt hat, es wird wehtun, aber wir müssen durch, wir haben keine Alternative. Was haben wir stattdessen, einen Bürokraten wie Scholz, der an den Symptomen herumdoktort, statt die Ursachen zu bekämpfen? Und das ist das ganz große Problem unserer Zeit. Und ich weiß, es ist immer leicht, auf die Politik zu schimpfen und zu sagen, die machen alles falsch, wer in der Verantwortung steht. Der muss schwierige Entscheidungen treffen, suboptimale Entscheidungen treffen, Rücksicht nehmen in einer Demokratie, alles klar. Aber dennoch werden wir jetzt in ein massives Dilemma kommen, wenn wir weitermachen wie bisher, statt die wirklichen Ursachen anzugehen, immer nur die Symptome zu bekämpfen. Und genau das passiert derzeit sowohl in der Politik als auch bei den Notenbanken, immer die Symptome bekämpft, immer versucht, möglichst den Schmerz irgendwie abzumildern, statt eben zu sagen, okay, wenn wir Zukunftschancen erhalten wollen, dann müssen wir auch Dinge tun, die eben wehtun. Dann müssen wir die kreative Zerstörung, wie sie schon Peter beschrieben hat, eben zulassen. Stattdessen züchten wir Zombie-Unternehmen, haben wir eine Zombifizierung unserer Wirtschaft. All das fällt noch nicht so richtig auf, weil wir eben aus einer gesunden Substanz kommen oder aus einer vergleichsweise gesunden Substanz. Die wird immer kleiner, diese Substanz. Und irgendwann ist sie weg und dann fällt einem auf, ups, da ist was schiefgelaufen. Aber dann ist es zu spät. Viele Leute, wie gesagt, die ich treffe, mit denen ich spreche, scheinen den Ernst der Lage nicht wirklich erkannt zu haben. Symptome statt Ursache. Das ist etwas, was Daniel Schnellter, der Ökonom, immer wieder auf den Punkt bringt. Die Ampel hat den Ernst der Lage nicht erkannt. Schön und gut. Einen Gaspreisdeckel zu machen, okay, kann man machen. Das verzögert aber nur das Sterben vieler Firmen, verhindert es aber nicht. Die einzige Chance, die du jetzt hast, ist das Angebot an Energie auszuweiten, damit die Energiekosten nicht explodieren, damit die Industrie hier und die Wirtschaft hier eine Zukunft hat. Sonst gehen die woanders hin oder sie gehen pleite und der Staat übernimmt einfach die Rechnung. Der Staat sind auch wir. Das macht keinen Sinn hinten und vorne nicht. Deswegen fordern Stelter und auch der Energieverband, die Energiemengen auszuweiten. Und dann müssen wir auch über Dinge diskutieren, über die wir uns schwer tun zu diskutieren. Etwa Fracking. Warum sollen wir Fracking-Gas, das dann runtergekühlt wird, liquifiziert wird, dann über tausende Kilometer transportiert wird, unweltschädlich, hoch 27. Aber nein, bei uns Fracking, das darf nicht sein. Das ist ganz böse. Das macht einfach keinen Sinn. Wir müssen diese Tabus brechen, sonst brechen wir unsere Zukunft. Und das kann keiner wollen eigentlich, wenn er ernsthaft ist. So hat jetzt etwa der Einzelhandel gewarnt vor Zehntausenden von Firmen pleiten, wenn die Energiekosten nicht fallen und fordert eben auch eine maximale Ausweitung des Energieangebots. Leute, die Lage ist ernst. Es geht jetzt wirklich ans Eingemachte. Das sind keine Sandkastenspiele mehr, sondern da ist die Zukunft auf dem Spiel. Die Ampel verzögert das Sterben, verhindert es nicht. Man doktert an den Symptomen und lässt die Ursachen so sein, wie sie sind. Und die Ursache ist zu wenig Energie. Deswegen ist Energie teuer. Wir hätten diese Energie, wenn wir sie haben wollten. Wir wollen aber nicht, weil wir Tabus haben und sagen, das ist böse. Und natürlich haben wir da im Wirtschaftsministerium Leute sitzen, die das jetzt vor sich sehen, was sie jahrelang wollten. Hauptsache keine Atomkraftwerke. CO2 ist ganz, ganz schlimm. Und am deutschen Energiewesen wird die Welt genesen. Aber komischerweise haben wir die höchsten Strompreise weltweit. Da scheint etwas schief zu laufen. Also scheint es mit den Erneuerbaren doch irgendwelche Probleme zu geben. Und jetzt fällt auch etwa dem Ausland auf, dass wir jetzt eben mit diesen Maßnahmen mal eben 200 Milliarden Euro rauszutun, die nicht gegenfinanziert sind, jetzt schon auf einer Stufe mit den Briten sind. Trust macht ja auch Geschenke, die letztendlich ja auch wieder latent inflationär sind, ohne sie gegenzufinanzieren. Und mein viertbester Freund, Marcello Fraccellino, sagt, ja, bemerkenswert, die Ampel stellt also mit 200 Milliarden 5 Prozent des BIPs zur Verfügung. Und die Renditen für deutsche Staatsanleihen verändern sich so gut wie gar nicht. Das zeigt, wir müssen uns keine Sorgen über die Tragfähigkeit der deutschen Staatsschulden machen. Marcello, das ist ganz großes Kino. Also dieser Mann, der fehlt uns gerade noch an der Spitze. EZB-Chef wäre vielleicht das Allerbeste. Aber es zeigt natürlich, dass die Märkte noch auf diese Substanz vertrauen. Aber diese Substanz fressen wir jetzt Stück für Stück weg und irgendwann ist Substanz dann weg. Und dann steht der Kaiser nackt und ohne Kleider da. Und das ist sozusagen ein Unfall in Zeitlupe, der derzeit passiert. Interessant übrigens, dass immer mehr Unternehmen aufgrund jetzt dieses Gasmangels auf Öl oder Kohle umstellen. Etwa die Großbrauere Karlsberg in Dänemark. Die wissen, dass sie, wenn es knapp wird, nicht systemrelevant sind. Die Leute müssen kein Bier saufen. Und das heißt, die müssen sich jetzt umgucken, steigen auf Öl um. RWE sagt jetzt, wir werden drei Kohlekraftwerke wieder an den Start bringen. Da kann man den Grünen nur herzlich gratulieren. Lieber Kohle als Atomkraft, weil die ist ja viel sauberer, gar keine Frage. Und jetzt ist natürlich die Situation auch so, dass man natürlich eine kontrollierte Panik schürt, wie damals in Corona-Zeiten. Man will die Leute zum Gas- und zum Energiesparen auffordern. Das ist richtig, das verstehe ich auch. Aber wenn ich auf der anderen Seite die Chancen liegen lasse, die ich selber habe, dann ist das natürlich eine sehr schwierige Geschichte. Gerade wenn diese Geschichte so ideologisch aufgeladen ist, wie bei Teilen der derzeitigen Regierung. Und dann sehen wir eben die Opfer, Trinseo, eine Firma, die Plastik herstellt in Sachsen. Eine ausländische Firma, nicht eine deutsche Firma. Überlegt jetzt, ob man hier die Produktion mal dicht macht. Weil es macht schlichtweg bei diesen Energiekosten keinen Sinn. Und jetzt kommen wir zur anderen Baustelle, unserer Notenbanken. Jetzt hat es auch die Eurozone geschafft. Nach Deutschland 10% Inflation. Hurra, da kann man nur gratulieren. Hier sehen wir mal den Unterschied in einer Grafik von Hannes Zipfel zwischen der Inflation und den Leitezinsen und der Realrendite. Da ist etwas schiefgelaufen, da hat man lange gepennt. Übrigens in den Niederlanden haben wir eine Inflation von 16%. Das sind immense Zahlen. Das ist schon auf dem Weg in eine wirkliche Hochinflation. Aber so oder so, dadurch, dass die Notenbanken Geld ins System geschüttet hatten, Geld ins System geschüttet hatten, das ging alles gut, solange wir eine Globalisierung hatten, die tendenziell deflationär war. Jetzt haben wir eine Endglobalisierung, die latent inflationär ist. Und man wollte Schmerz vermeiden. Also Zinsen immer runter. Dadurch haben wir uns Zombie-Unternehmen praktisch gezüchtet. Hier sehen wir mal, wie deren Schuldenberg gestiegen ist von 2019 auf 2020. Und unten sehen Sie eine Grafik der Deutschen Bank. Der Anteil der Zombie-Firmen in den USA, fast ein Fünftel aller Unternehmen. Also praktisch, die ihre Kreditkosten nicht mal reinverdienen. Und dadurch, dass die Kreditkosten jetzt immer mehr steigen, aber wohl die Gewinne dieser Unternehmen nicht. Aufgrund des Kostendrucks, des Margendrucks, der Energiekosten etc. wird dieser Anteil der Zombifizierung der Wirtschaft immer größer. Aber du musst diese Teile wegschneiden. Du musst das Sterben dieser Firmen erlauben, gemäß der kreativen Zerstörung von Schumpeter, weil sonst immer mehr Mittel, Kapital, Ressourcen, Manpower in Firmen investiert wird, die keine langfristige Überlebenschance haben. Und auf der anderen Seite Firmen, die kreativ sind, finden dann die Leute und die Ressourcen und das Kapital nicht, um Zukunft zu gestalten. Das ist das große Problem. Auch unsere amerikanischen Freunde bekleckern sich bei der FED da nicht mit Ruhm. Jetzt haben wir heute die Verbraucherpreise, PCE gesehen, Personal Consumption Expenditure, höher als erwartet. Aber das waren die Zahlen ja aus dem August, nachdem wir die CPI-Daten, die Verbraucherpreise schon gesehen hatten, aus dem August war damit fast zu rechnen. Jetzt sehen wir mal hier die Fixierung der FED, vor allem jetzt auf das Thema Inflation. Da hat Brainard etwa sich nochmal geäußert, die FED-Vize-Chefin und praktisch das Mantra Inflationsbekämpfung oberste Priorität nochmal wiederholt. Aber schauen wir uns mal die verschiedenen Inflationsparameter an, die wir haben. Viele FED Inflation Expectations, wir haben die 5-Year-5-Year-Break-Events, also die in den Märkten eingepreiste Inflationserwartung. Wir haben die Inflationserwartung Uni Michigan. Wir haben die Befragung der New Yorker FED in Sachen Konsumenten. Wie erwartet ihr die Inflation? Geht alles steil, steil, steil nach unten. Aber die FED ist jetzt wegen der Inflation in Panik, wo sie wahrscheinlich den Zenit lange überschritten hat und jetzt wahrscheinlich relativ deutlich fallen wird. Warum? Wir sehen zum Beispiel Crude Oil 40% runter vom März hoch. Wir sehen in den USA Gebrauchtfahrzeuge 13% runter in diesem Jahr. Wir sehen die globalen Frachtraten 57% gefallen seit Jahresbeginn. Wir sehen jetzt im September das erste Mal Rückgang bei Mieten in den USA, ganz wichtig. Wir sehen, dass die Hauspreise inzwischen gefallen sind. Aber die FED ist nach wie vor völlig fokussiert auf diese Inflation, die sie lange geleugnet hat. Und das ist einfach ein Folgefehler der vorherigen Leugnung. Jetzt überziehst du, weil du vorher eben versagt hast, weil du es falsch eingeschätzt hast, weil du jetzt versuchst, deine Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Ja, ja, wir meinen es wirklich ernst mit der Inflationsbekämpfung. Aber auch das ist wieder ein katastrophaler Fehler. Das sehen wir zum Beispiel, wenn Sie sich mal die Stimmung der CEOs anschauen. Also derjenigen, die wirklich in der realen Wirtschaft arbeiten, im Gegensatz zu den FED-Leuten, die noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben und wie Sven Henrik hier zeigt, mit völlig antiquierten Modellen teilweise arbeiten. Da sieht man, wie zum Beispiel Daily von der FED heute gesagt hat, keine Rezession kommen. Aber die CEOs, die sind so pessimistisch wie nur unmittelbar vor einer Rezession. Oder das ist ein völlig, ein völliges Mismatch, könnte man sagen, zwischen Leuten, die wirklich an der Quelle sitzen und andere, die irgendwie in ihrem Elfenbeinturm sitzen. Und dass die Dinge sich abkühlen, sehen wir heute etwa Chicago-Einkaufsmanager-Index. Jetzt mit 45,7, schwächster Wert seit Juni 2020. Deutlich unter der Erwartung. Und wenn wir uns hier mal, wie Jim Bianco zeigt, einen Stand von 45,7 anschauen, dann hatten wir das schon sehr, sehr oft. Siebenmal, aber nur einmal waren wir da nicht in einer Rezession. Also das geht hier auch steil nach unten. Es ist völlig klar, dass die Wirtschaft sich abkühlt, vor allem in Europa. In China ist sie bereits abgekühlt, in Europa ist sie wahrscheinlich im freien Fall. Und das wird auch die USA tangieren, die jetzt zwar in einer besseren Situation sind, aber eben davon nicht frei sind. Hier sehen wir noch mal etwa die Frachtraten Shanghai nach Los Angeles. Das ist abgestürzt geradezu. Wir sehen, dass Amazon etwa jetzt vier der fünf Callcenter, die man hat, zumacht. Sagt den Leuten auch, ihr könnt von zu Hause arbeiten. Man schließt 44 Warenhäuser und hat jetzt den Bau von sieben Office Towers eingestellt, gestoppt. Also wir sehen, was da gerade passiert. Und generell könnte man sagen, auch dass dieser ganze Immobiliensektor, wenn ein Dollar Veränderung im Immobiliensektor sorgt für 38 Cent Change in Consumption. Das heißt, wenn wir fallende Preise sehen beim Immobiliensektor, dann konsumieren die Leute weniger. Das geht direkt sozusagen in das, was Realwirtschaft ist. Und das wird nicht verstanden von der Fed. Es wird auch nicht verstanden, dass natürlich wahnsinnige Vernuste entstanden sind, bereits durch den Abverkauf der Aktienmärkte, aber vor allem der Anleihenmärkte. Hier sehen wir mal den Drawdown unten in Relation zur Marktkapitalisierung, zum BIP. Da sehen wir, der Schaden ist größer als im Corona-Crash 2020. Deutlich größer. Wir sehen also in jeder Hinsicht, dass das natürlich massive Verluste sind, die sich in zukünftigen Konsum niederschlagen werden, geringeren Konsum. Und US-Wirtschaft vor allem ist natürlich konsumbasiert. Und wenn wir jetzt noch mal zu den Aktienmärkten kommen, dann sehen wir etwa JP Morgan's Kolanovic, der jetzt sagt, das wird mir jetzt alles zu heiß. Marco Kolanovic, buy the dip, buy the dip. Jetzt haut er die Flinte ins Korn. Einer steht noch, der Dauerbohlen, das ist Tom Lee. Der hält es immer noch für möglich, dass der S&P 500 auf 5100 Punkte steigt. Das ist ein bisschen arg optimistisch. Selbst wenn man jetzt aufgrund der bärischen Sentimentsituation sagt, da kann eine Gegen-Rallye passieren. Aber wir sehen eine Bullen-Kapitulation bereits aufgrund dem, was da passiert ist. Heute großes Thema natürlich die Ansprache von Putin. Keine weitere Eskalation, kann man sagen. Nach dem Schema Russland gut. Russland wird vom Westen immer unterdrückt. Sie wollen, dass wir untergehen etc. Amerika Böse, die haben Kolonialismus betrieben. Die wollen immer nur das Böse für andere. Ein bisschen einfach gestrickt. Aus meiner Sicht, die Wahrheit ist natürlich ein bisschen komplexer. Und wer sich interessiert, wie all das in Russland so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist, das Netz von Putin. Putins Netz von Catherine Belton, die in Moskau Korrespondentin der Financial Times war. und hier wirklich eine präzise, quellenbasierte Historie schreibt, eine Chronologie schreibt, wie die Dinge sich zu diesem Putin-System entwickelt haben. Aber jenseits dessen, interessant, dass Exxon etwa jetzt nach 5 Jahren Meta, also Facebook, in der Marktkapitalisierung überholt hat. Auch das ist für mich ein symbolischer Akt in gewisser Weise. Und wenn wir uns hier mal Meta anschauen, dann sind wir jetzt tiefer als im Tiefe 2020 in diesem Chart von Capital.com. Dieses Jahrzehnt wird eher ein Jahrzehnt sein, der Rohstoffe als der Tech-Unternehmen. Das haben viele vielleicht auch noch nicht so richtig realisiert, denn das ist das knappe Gut. Auch wenn die Preise für Rohstoffe gefallen sind, wegen diesen Rezessionssorgen. On the long run, haben wir ein Rohstoffdefizit, meine Damen und Herren. Empfehlungen zum Abschluss, bevor ich sie ins Wochenende entlasse, ins lange. Einzelhandel schreit nach Hilfe, Pleitewelle droht. Unbedingt durchlesen. Was sagen die? Wie eng ist die Situation wirklich? Da geht es im Einzelhandel um Millionen von Jobs. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Die BaFin schützt Kleinanleger vor unbegrenzten Verlusten beim Future-Handel. Faktisch führt das dazu, dass der Future-Handel für Privatanleger verboten ist, nicht mehr ausgeführt werden kann. Auch das ist wieder so ein Rumdoktern am Symptom. Die Leute werden sozusagen bevormundet, weil die Risiken sind ja zu groß, muss man wirklich radikal ablehnen. Ist wirklich gut gemeint wahrscheinlich, aber Schwachsinn. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Dollarmangel in der Welt. Wir haben zu wenig Dollars in der Welt, obwohl die Geldmenge in den USA mit Corona und dem Crash um 40% gestiegen ist. Aber woanders fehlen die Dollars. Nämlich da, wo Dollarverschuldung vorliegt. Etwa in der Mongolei. Da kann man nur noch bestimmte Dollarsummen abheben vom Konto. Mongolei klingt ja für viele so ein bisschen, naja, ist ja nicht gerade wichtig, aber es wird zentral immer wichtiger. Denn es liegt zwischen Russland und China. Da soll auch eine Pipeline von Russland nach China durchführen. Also das ist etwas, was Sie sich auch durchlesen sollten. Drei Artikel Empfehlungen. Wir sehen uns am Dienstag, weil am Montag keine Videos. Am Feiertag in Deutschland. Ich sage Servus und Ciao. Bis dahin eine gute Zeit. Ich sage Servus und Ciao.